Hallo, ich vermisse meine Mami, meine Brüder, unsere Hunde, Zerayna, Stefanie und alles in der Schweiz. Es geht mir gut und ich freue mich, dass ihr wieder nach Hause kommt. Hallo, ich vermisse vor allem Miss Ross und dass ihr mich verraten dürft. Und ja, da in England ist es eigentlich sehr schön. Ich vermisse meine ganze Familie und alle meine Kollegen und ich freue mich, wenn ich wieder daheim bin und das Gottesdessen geniessen kann. Ich vermisse meine Verwandten und meine Mutter und liebe ich grüsste aus Cambridge und an alle die Menschen, die wir kennen. Ja, ich vermisse Berge, Natur und ein bisschen an der Familie. Ja, das ist eigentlich gar nicht so schlimm, wenn man es zuerstellt hat. Ja, ich vermisse das Bier, meine Familie, meine Katze und ja, die Farben wirklich komisch an. Ich vermisse auch meine Familie und ja, adros an alle, meine Kollegen und so. Ciao, ich vermisse. Hallo, ich vermisse. Hallo, ich vermisse. Ich vermisse. Und ich vermisse. Ich bin gleich zum Velofahren. Mutter, willst du mich retten? Dann schickst du mir Geld und Zigaretten. Hallo zusammen. Es ist eigentlich cool hier in England. Aber man vermisst halt schon ein bisschen die Berge. Das Wetter ist momentan auch nicht ganz so schön, aber wir haben gesagt, es wird nie geregnet. Hallo zusammen. Ich vermisse alle zu Hause ganz best. Und meine Kollegen und so. Und auch das Wetter ist kalt. Aber ja... Und sie ist schon krank geworden. Und ich vermisse meine Familie, meine Homies. Und ich grüsse alle ganz lieb. Tschüss. Tschüss. Hallo, ja, wie sind wir da? Ich gucke, es geht raus. Ich gucke, es geht mit allen. Wir sind vielleicht wie so. Aber die Beiste mit geht gar nicht selbst. Hallo, ähm... Es riecht jetzt. Ja, hallo. Ich streiche. Du, meine Kollegen, meine Familie. Wir wollen bien, aber wir wollen nicht kommen. Ein bisschen tun. Ja, gut tut. Hallo, Mama. Hallo, Papa. Hallo, Sora. Und wir wollen bien kochen. Und... 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 Und wir wollen bien kochen. Und... 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 Tschüss. Wie... Wir wollen bien hier nach den Bergen, nach den Schocchi und dem Schnee. Ja, also ich... Also ja, ich bin der Mann. Wir melden Barbara, Wilma, Lilian, Lebelin, Silvan, meine Kollegen, Carsten Ritterus, ich bin unterwegs, ich bin unterwegs, aber ich bin auf Laura, ich bin unterwegs, ich habe mich auch auf Lassik, ich war nur in der zweiten Jahr, weil ich schon da war ein paar Raps. Ich bin unterwegs, ich bin unterwegs, ich habe mit dem Trenn, aber ich bin unterwegs mit dem Trenn. Ich vermisse meine Mama, meinen Papa, meinen Bruder und der Meister vermisse Kevin und Romina. Ich vermisse meine Eltern, meine zwei Schwestern und Brüder und meine Kollegen. Mir gefällt es da eigentlich recht gut und meine Familie ist auch sehr gut. Hallo, wir sind zusammen. Man weiss, wir sind gerade tiptop. Ich bin cool, aber ich werde vermissen müssen. Tschüss! Ja, ich wollte auch sagen, dass sie meine Familie und meine Kollegen vermissen. Aber dass es mir so gut gefällt und ja, dass wir uns in einem Monat sehen. Tschüss! Hallo zusammen, mir geht's gut. Ich bin eigentlich zufrieden da. Im Bett ist es wirklich schön. Ich bin eine liebe Gastfamilie. Und ich vermisse euch. Ich freue mich auf euch. Ich bin ein bisschen zufrieden. Ich bin ein bisschen zufrieden. Ich bin ein bisschen zufrieden. Aber ich bleibe mir gewöhnt. Ich bin ein bisschen zufrieden. Ich bin ein bisschen zufrieden. Hallo, ich vermisse noch alle. Ich bin ein bisschen zufrieden. Ich bin ein bisschen zufrieden. Und ich bin ein bisschen zufrieden. Aber ja. Und Schatzi, liebe dich. Ich bin ein bisschen zufrieden. So, wir vermissen jetzt den Haus. Ich bin ein bisschen zufrieden. Und wir vermissen alles. Wir grüssen euch alle. Und wie geht's dir? Wir vermissen alle. Wir vermissen alle. Ich grüße meine Kollegen, vor allem Jan. Ich auch. Ja, ich bin selber Jan. Ja, hoi zusammen. Ja, ich grüße meine Mutter, mein Vater, mein Bruder. Jetzt sind wir hier die erste Woche Welt hinter uns. Es war noch cool und ja, ich vermisse ihn. Ciao. Ich grüße meine Familie, all meine Kollegen. Das ist easy hier. Joel ist auch cool. Das gefahrt mir eigentlich gut hier.